Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinderarzt. In meinen Praxisräumen begrüße ich Sie. Aus meinem Praxiserfahrungsschatz möchte ich heute über das Thema Zähne knirschen bei Kindern sprechen. Es kommt häufiger vor, dass Eltern besorgt sich darüber äußern, dass ihr Kind mit den Zähnen knirscht. Einmal sind es die Eltern von ganz jungen Babys, die ihre ersten Zähne bekommen, und zwar, nachdem sie die unteren bekamen, auch die oberen bekommen, und das Kind dann quasi diese Zähne entdeckt. Das macht es, indem es mit den Zähnen spielt. Das ist das erste Mal, dass Zähne knirschen auftreten kann und etwas ganz Normales ist. Kein Grund zur Beunruhigung. Das gibt sich in der Regel auch wieder. Wenn wir Zähne knirschen hören, dann meinen wir das, was ich jetzt sage, nämlich, dass Kinder im Schlaf mit den Zähnen knirschen. Und natürlich gibt es dafür einen Grund, wenn ich den nur auch manchmal wüsste. Grundsätzlich ist das ein Zeichen für Aktivität. Natürlich klar von der Mundmuskulatur, die allerdings gesteuert wird. Und häufig hat dieses Zähne knirschen mit Spannung zu tun. Das, glaube ich, haben sie auch sofort im Kopf gehabt. Diese Spannung kann positiv sein, negativ oder neutral. Sie lädt sich ab, entlädt sich durch das Zähne knirschen, zum Beispiel im Schlaf oder auch beim Spiel in Ruhe. Dieses Zähne knirschen ist ein Symptom. Nicht mehr und nicht weniger. Und an sich völlig unproblematisch. Ähnlich wie das Nägelkauen ein Symptom für etwas sein kann, was auch in meinen Augen nichts Dramatisches darstellt. Schauen Sie mein Video über das Nägelkauen an. Zurück zum Zähne knirschen. Problematisch ist das Zähne knirschen dann, wenn es so ausgeprägt ist, dass es zum Schaden der Zähne führt. Deshalb ist ein Kind, was sehr stark mit den Zähnen knirscht, ein Kind, welches dem Zahnarzt vorgestellt werden muss. Der Zahnarzt schaut, ob es an den Zähnen zu entsprechenden Abrieben kommt. Wenn ja, dann ist eine Möglichkeit, dem zu begegnen, das anfährt in einer sogenannten Aufbissschiene, die dem Kind dann angepasst und verabreicht wird am Abend, wenn es ins Bett geht. So wird verhindert, dass das Zähne knirschen Schaden an den Zähnen anrichtet. Wenn Sie mich fragen, wie häufig das vorkommt, muss ich sagen, dass Kinder eine Aufbissschiene brauchen, ist ganz selten. Meistens ist dieses Zähne knirschen nur eine gewisse Zeit, ein paar Wochen, ein paar Monate lang zu beobachten und hinterlässt in der Regel keine Schäden an Zähnen, sodass man nichts machen muss. Die Zeiten, wo Zähne knirschen auftreten, das ist zum Beispiel, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt oder wenn ein Geschwisterchen auf die Welt kommt oder wenn es in die Schule geht oder wenn es schlechte Noten gibt. Alles Dinge, die nun mal im täglichen Leben passieren können und die zu Spannungen führen, ja, aber die gleichzeitig auch außerhalb von irgendeiner Therapiemöglichkeit seitens von Ihnen oder auch seitens von mir liegen. Das heißt, ähnlich wie beim Nägel kauen ist auch das Zähne knirschen etwas, was wir beobachten können, mit dem wir einfach, wie ich meine eher locker umgehen sollten, denn viel dagegen unternehmen können wir nicht oder soll man das Geschwisterkindchen wieder dem Storf zurückgeben oder soll ein Kind deshalb nicht in die Schule, nur weil es entsprechend Spannungen dadurch hat. Das ist ein sehr dr Prepared. Das ist ein sehr wichtiges boom! Beifall bei der Schüttachten!